Verstümmelungen von Menschen gesehen habe, also so alltägliche Sachen, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, die ich gar nicht kannte. Das ist eine alltägliche Verstümmelung. Die Schlimpfe. So. Dann lass mal loslegen. Ich rekorde auch schon bei Outer City. Ihr rekordet, ich rekorde. Stressi hat schon geschrieben, wie ich sehe, finden im Discord super geheime Besprechungen statt. Dion oder wer? Stressi. Ach so. Ja, witzig. Ja, hol sie alle rein. Ja, dann machen wir jetzt hier mal ein Community-Brennpunkt, das passt schon. Oh. Soziale Distanz verringern. Soziale Distanz, aber das Gegenteil praktizieren wir heute im Internet. Brennpunkt. Liebe Zuhörer, ein saftiges Allora aus der Datenautobahn. Ja, jetzt fallen wir uns immer alle ins Wort, weil wir vielleicht alle ein bisschen Delay haben, aber schwierige Zeiten erfordern. Schwierige Aufnehme-Möglichkeiten würde ich sagen. Delay haben, schwierige Zeiten erfordern. Dumm bist du. Wir sind Brennpunkt Internet, wir sind Tino Ranacher, Herodes und Tino Ranacher. Ja, wir müssen heute mal leider von zu Hause aus aufnehmen und sagen, dass ohne, dass wir uns sehen, wir sprechen über Discord. Wir machen eine geile Folge aus der Quarantäne-Zone, Brennpunkt-Karenternet. Und wir haben zu Gast, Herodes, das ist doch schön. Das ist doch ein Lichtblick. Willkommen. Ich bin ein geheimer Gast. Ja. Ja, wie ihr mitbekommen, liebe Leute, aus Gründen der Fledermaus-Suppenseuche, haben wir uns entschieden, uns nicht zu treffen persönlich. Und wir nehmen heute über Discord den Podcast auf. Ist Fledermäuse-Suppenseuche, ist das, ist das Lacist? Was, was? Lassistisch. Ach, ach, Lassistisch. Aber ich bin dafür, dass wir ab diesem Jahr in Zukunft immer Klopapiernachten feiern, jedes Jahr um die Zeit. Doch, ja, das klingt gut. Das ist schön. Wie viele Rollen habt ihr denn noch zu Hause? Ich habe noch drei. Ich bin voll versorgt und ein paar Feuchttücher, also das reicht noch. Also, du hast noch drei alleine, wir haben zweieinhalb oder mittlerweile vielleicht zwei Viertel zu zweit. Oh, dann die nächste Frage, was nun was tun und wo ist deine Mitbewohnerin? Die ist in Hamburg. Ah, okay. Ja. Aber, liebe Leute, wir sind Brennpunkt-Internet auch, wenn wir heute etwas Delay haben. Das ist meine erste Frage nicht beantwortet. Kannst du den Zuschauern Tipps geben, wie man dieser Tage noch an Klopapier kommt? Ja, im EDK, im Herkules gibt es noch Klopapier. Lidl soll ein großer Geheimtipp sein, tatsächlich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Lidl auch so clever ist und quasi nur eine Packung pro Person macht oder sowas. Auf jeden Fall wurde mir zugetragen, dass es da mannigfaltig gibt. Also, ich war vorgestern noch um zwölf oder so, kurz nach Mittagessen war ich im EDK und da gab es auch noch Klopapier. Oder wieder. Wie kannst du guten Gewissens in diesen EDK gehen, Alter? Weh. Weh. Warum denn das? Die sagen, da würde ich mir lieber mit dem Zeitpunkt den Popo abputzen. Das geht auch. Sekunden, ich muss hier mal ganz kurz die Heizung runterleiern, weil sonst sterbe ich hier drin. So, wundervoll, liebe Leute. Wir müssen noch dazu sagen, dass wir nicht ins Studio durften. Ja. Dass wir als ehrenamtliche Menschen nicht mehr ins Studio dürfen. Das ist schon echt fechst. Von Radio Lotte. Dabei sind wir die Leute, die diesen Laden zusammenhalten. Ja, wir lassen den Laden laufen und die schmeißen uns einfach raus. Unfassbar. Naja. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir können natürlich auch hier, ja, Corona hier, wie sagt MCM so schön, alles Corona. Mein Bier, Corona. Meine Waschmaschine, Corona. Aber ich habe hier heute auch meine Liste vorliegen. Alle Nachrichten, die man quasi überhört, übersieht, überriecht, weil alles dominiert wird von Corona. Ich habe ganz viele Sachen zusammengetragen, von denen vielleicht keiner eine Ahnung hat. Und das wird die heutige Folge brenn.internet sein. Das ist natürlich echt vernünftig. Ja. Aber sollen wir trotzdem das Thema hin und wieder ansprechen? Natürlich. Die Zuträglichkeit, soziale Distanz auf Dauer. Die was, was ist mit Zuträglichkeit, was? Die Zuträglichkeit, soziale Distanz auf Dauer. Ja, äh, ja, was ist denn deine Meinung dazu? Ich kenne es gar nicht anders. Wir hassen doch eh alle Menschen. Das ist, das ist illegal. Ja, also, ich merke für mich jetzt noch keinen Unterschied, aber ich gehe auch weiter fleißig Skateboard fahren, zumindest die letzten zwei, drei Tage, weil es sehr warm war. Das ist echt leichtsinnig, Robin, das ist sehr leichtsinnig. Ich mache das doch aber alleine, Tino. Ja, aber trotzdem, wenn du Oma Gerda anfährst aus Versehen. Da ist keine Oma Gerda. Ich mache einen Bogen um alle, die sollen mich in Ruhe lassen. Also, ich sehe draußen noch ständig, wenn ich einkaufen gehe, irgendwelche alten Rentner, die spazieren gehen und die tun, als wäre nichts passiert. Aber ich merke gerade, also ich glaube, wenn wir mal wieder eine Quarantäne-Brennpunkt-Internet machen, wir sollten vielleicht doch über Telefon machen, weil ich habe das Gefühl, hier ist ein bisschen mehr Delay als beim Telefon. Findest du? Können wir gerne versuchen. Naja, auf jeden Fall. Wir können da gerne auch jetzt erstmal über Corona reden und so. Es gab ja auch noch diese große Rede von Merkel, über die alle geredet haben. Ja, die große Rede. Was haltet ihr denn davon? Also ich, als ich sie gesehen habe, mir ist sie halt positiv aufgefallen. Ich habe dir auch direkt geschrieben, dass die Leute, die die verfasst haben, eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Arbeit geleistet haben. Also gerade aus Amerika habe ich sehr viel gelesen, oh ja, die Führerin der freien Welt hat eine Ansprache gehalten und so weiter. Genau, genau. Sie hat das gemacht, was Trump zum Beispiel nicht geschafft hat. Also international kommt sie auf jeden Fall sehr gut an. Und sie trifft den Nagel auf den Kopf irgendwie und trifft den richtigen Ton, wogegen die ganzen anderen Herrscher wie Boris Johnson und Trump und Macron alle sagen, wir führen Krieg gegen Corona, hat Merkel halt gesagt, wir schaffen das. Ja, das ist ja ihr liebes Wort. Ja, hat sie halt zum Glück nicht ganz gesagt. Sie hat schon gesagt, Leute, reiß euch mal ein bisschen zusammen, benehmt euch A, nicht wie ein Arschloch und B, versucht mal tendenziell zu Hause zu bleiben. Ja, es ist ja offensichtlich ein Warnschuss gewesen. Wenn ihr euch jetzt nicht zusammenreißt, gibt es die Ausgangssperre. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Und sie kommt ja auch. Also Bayern haben gerade angefangen heute. Die wollen ab heute Nacht die Ausgangssperre fangen. Aber ich sage mal, wenn die Bayern nicht aus dem Haus gehen, da ist halt ganz Deutschland geholfen, nicht nur mit Corona. Das sehe ich auch so. Aber die fangen an und als nächstes kommt Bodo Ramelow und da dürfen wir auch nicht mehr raus. Das wäre ja großartig. Stell dir mal vor, Thüringen macht zu, aber NRW nicht. Ja. Ja, aktuell ist ja Thüringen auch mit Abstand das safeste Bundesland, was Infizierte pro Einwohner angeht. NRW ist tatsächlich, glaube ich, nur auf Platz drei. Wie jetzt? Ja, mittlerweile vielleicht, weiß ich nicht. Ach so, weil es so fucking viele Einwohner hat. Genau, genau. Pro Quadratmeter ist es hier, glaube ich, am krassesten. Und das ist, was zählt. Ja gut, das mag sein. Das heißt, ich bin wirklich aus dem gefährlichsten Land oder Bundesland ins Ungefährlichste gekommen. Und jetzt bin ich auch ein bisschen vorsichtiger. Ja, ich habe ja schließlich ein bisschen, ich habe ja Lungenprobleme. Wollte ich gerade sagen, du bist auch eine Risikogruppe. Sag sowas nicht. Doch, bist du. Naja, insbesondere bist du halt ein Vorbild, ne? Ja. Also ich würde jetzt nicht, also du kannst halt rausgehen, wie du willst, aber ich glaube, an deiner Stelle würde ich das nicht so spreaden. So Leute, ich bin jetzt draußen, ha, hi, hi, hi und so. Ja, aber der Punkt ist, also absolut, ich nehme das ja auch eigentlich ziemlich ernst, aber selbst bei Ausgangssperre dürftest du halt alleine irgendwo Skateboard fahren. Das steht halt sogar extra. Ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja auch gesagt, Leute, geht in die Sonne so, ihr müsst, wenn ihr in abgelegene Orte geht, dann ist das okay, ne? Macht so lange ihr könnt. Es ist halt auch kein Vergleich, also ich werde jetzt hier nicht irgendwie Corona-Partys feiern oder was in Amerika gerade abgeht, weil ja Spring Break ist, was ja heilig ist für die Amerikaner, was da gerade abgeht. Da kann man sich sehr viele traurige, schrägstrich lustige Interviews anschauen, wie die mit der Sache umgehen. Nee, ich muss sagen, ich finde es einfach klug, einfach zu Hause zu bleiben, echt nur zum Einkaufen rauszugehen oder mit dem Hund Gassi zu gehen maximal oder zur Arbeit. Ja, du arbeitest doch noch. Aber nee, also ich sollte eigentlich einmal die Woche auf Arbeit sein, aber ich glaube, das ist auch nicht, das ist auch eher fakultativ. Ich mache halt Homeoffice mehr oder weniger. Aber viel ist nicht zu machen aktuell. Ich mache Stream Homeoffice. Me too, me too. Es wird sich auch in den nächsten Tagen noch ergeben, ob die Videos aus Köln jetzt reichen für vollwertige Videos. Wenn nicht, wäre es halt ein bisschen schade. Was meinst du damit? Naja, ob die Clips schon reichen für fertige Videos oder ob ich sage, ey, da müsste man eigentlich nochmal filmen so. Weil wenn es reicht... Aber du kannst doch deinen Mitbewohner pranken. Ja, hat er auch noch eine Idee. Achso, okay, ich dachte, ihr habt das schon untereinander bequatscht. Nee. Weil ich habe schon gesagt, hier, how to prank, wenn Ausgangssperre oder so, könnte man bestimmt irgendwas zusammenschrauben. Das machen doch viele, dass die irgendwie von den Mitbewohnern die Zahnbürste ins Klo werfen oder... Witzig. Das ist doch ganz toll und ganz witzig, genau. Naja, wir können ja mal ein paar so witzige Sachen hier abarbeiten, was mit Corona zu tun hat. Da gibt es nämlich einige witzige Meldungen. Jared Kushner zum Beispiel, ja. Wir machen jetzt auch mal hier Amerika und so quer durch. Ja, besser, wenn man nicht davon hört, das ist nämlich der Schwiegersohn von Trump. Und der hat überhaupt keine Qualifikation, aber ist irgendwie, ich weiß nicht genau, was sein Gebiet ist, aber irgendwie in politisch, bla. Der hat auf jeden Fall in einer Facebook-Gruppe gefragt, was denn effiziente Mittel und Wege sind, Corona zu bekämpfen. Geld. Und überleg dir das einfach, ja. Jens Spahn geht auf Facebook in irgendeine Gruppe und sagt, ey Leute, könnt ihr mir mal helfen, ich hab da so ein Problem. Na, dem würde ich das auch zutrauen, aber ich denke, die beste Möglichkeit gegen Corona ist halt, daran zu sterben. Zack, fertig, kriegst du es nicht mehr. Und bist auch nicht mehr ansteckend. Das stimmt. Oh, dieses Mitleidlachen von Tino gerade. So, und eine andere Sache, die ich richtig witzig fand, ist, dass in China, und wahrscheinlich wird das jetzt auch in den nächsten Wochen weltweit passieren, dass die Scheidungszahlen stark angestiegen sind, weil die Leute halt gezwungen waren, sich mit ihren Partnern auseinanderzusetzen. Aber auch die Kinder. Auch die Kinder, ja, aber von denen kann man sich ja leider nicht scheiden lassen, ne? Du meinst Adoptionszahlen auch. Doch, das geht, das geht. Ja, also das... Kinder aussetzen, an der Autobahn, Gaststätte. Ja. Da wieder abholen nach zwei Wochen. Warum wieder abholen? Na, wenn es vorbei ist. Wenn man sich wieder in die Schule schicken kann. Denkst du, dass es in zwei Wochen vorbei ist? Nein, auf keinen Fall. Also der Punkt ist ja, man sieht ja, wir gucken ja alle tagtäglich auf die Zahlen, wie sich das so entwickelt. Guckt gebannt nach China. Was? Man guckt gebannt nach China. Guckt gebannt nach China. Ja, aber in China, da haben die ja wirklich sowas von totalitär das durchgesetzt, dass die Leute gefälligst in ihren Häusern bleiben. Das wird es halt bei uns so nicht geben. Die haben ja teilweise Türen verrammelt und so, dass die Leute gar nicht mehr raus konnten. Bitte. Das war lustig. Ja, aber also das wird halt in der westlichen Welt nicht passieren. Und meine kleine, also das ist ein bisschen mies, aber meine kleine makabere Hoffnung ist, dass es in Amerika besonders schlimm wird, also in den USA. Ja, damit die endlich mal raffen, wie beschissen ihr Gesundheitssystem ist. Robin, das ist nicht makabere, alle denken so. Ja gut. Ich habe auch gelesen, dass Trump jetzt ein Helikoptergeld einführen will. Das heißt, er will jetzt allen Bürgerinnen und Bürgern, die keine Millionäre sind, einmalig irgendwie 1000 Dollar überweisen. Und dann kam die Frage auf, ja, wo kommt denn das Geld her? Da war wohl angeblich seine Antwort, das drucken wir einfach. Das drucken wir einfach, okay. Ja. Wie willst du nur gedrucktes Geld überweisen? Ja. Trump ist Bombengeschäftsmann auf jeden Fall, das weiß man ja. Ja, ja. Ja. Also das heißt, wir haben so eine Art Inflationsangleichung mit damit einhergehender Inflation. Ja. Genau, verpackt ist. Also der Stockmarket in Amerika. Aber zugunsten derer, die kein Sessionäre sind, ja. Wir fallen uns echt hart ins Wort, wir müssen das, glaube ich, echt über Telefon machen. Der Stockmarket in Amerika ist ja im Freifall. Und alle drehen durch. Und wenn Amerika jetzt dadurch das bedingungslose Grundeinkommen vor Deutschland bekommt, dann drehe ich durch. Das wäre hart. Aber das finde ich halt auch so witzig, weil Bernie Sanders tritt an und sagt, ja, hier, ich fände es gut, wenn wir alle versichert sind und so. Und alle sagen, das ist Sozialismus, das ist gefährlich. Und jetzt, zack, oh ja, jeder von uns kriegt 1000 Euro. Dollar, wie auch immer. Auf einmal geht es, weil es die Menschen betrifft, wahrscheinlich. Ultra hart. Na ja, auf jeden Fall so die witzigste Meldung der letzten Tage aus Amerika ist, dass ein, also mindestens zwei Senatoren, die haben so Briefings gehabt schon vor anderthalb Monaten und haben dann der Welt gesagt, alles ist gut, es wird alles nicht weiter wild. Und mindestens zwei Senatoren haben in der Zeit ihre Aktien verkauft, für Hotels zum Beispiel, weil sie halt mehr oder weniger wussten, dass das passiert, haben aber, also, haben gleichzeitig gesagt, alles wird gut. Und ich weiß auch nicht genau, wie das heißt, aber das ist definitiv illegal, als irgendwie, weiß ich nicht, das Office ausnutzen für irgendwas. Ich weiß es nicht, wie es heißt, aber das ist so jetzt die letzten 24 Stunden passiert. Und das ist schon, ja. Den eigenen Einfluss nutzen, um halt den Markt zu beeinflussen, oder was? Ja, auch. Und quasi interne Informationen von der Regierung für deinen eigenen Profit zu nutzen und anderen davon nicht zu berichten, so. Das ist ja was ganz Neues. Böhr und Löffler oder so hießen die beiden. Also es sind mindestens zwei, vielleicht kommt auch jetzt noch mehr raus. Und das ist so, dass selbst die Republikaner da jetzt sagen, das geht halt gar nicht, die müssen sofort aus dem Amt fliegen. Nee, viel schöner fand ich aber, dass Trump angeblich in Tübingen angefragt hat. Denn Tübingen forscht an einem Impfmittel gegen Corona und Trump wollte das aufkaufen. Weiß ich gar nicht. Da ging viel hin und her. Also was heißt dementiert, ja. Das habe ich auch mitbekommen, dass das dann abgestritten wurde. Also dass es irgendwie Gespräche gab, aber nicht in der Hinsicht. Aber das kann ja auch jeder sagen, ne. Also. Naja, ist aber schon harter Tobak, sowas zu behaupten. Ich glaube nicht, dass sich das die Uni Tübingen ausdenkt. Und ja, ich glaube, die haben das doch selber selbst demittiert, oder? Nee, ich glaube, die Firma hat das abgestritten. Also eine Firma aus Deutschland, die ein Impfmittel eventuell herstellt und angeblich, oder man weiß es jetzt nicht genau, oder ich weiß es zumindest nicht genau, wollte Trump die Exklusivrechte für die Impfung abkaufen. Und da hört auch Spaß auf. Nur die Amis das nutzen dürfen. Also wenn ihr das wirklich machen wollt, ist das dreckig. Das ist sehr dreckig. Aber ich weiß nicht, ob das eine echte News war. Das ist ein bisschen dreckig, ja. Es ist saudreckig. Aber wie gesagt. Ich habe es oft gelesen. Ja, das reicht ja nicht, ne? Für mich schon. Für den Trendpunkt reicht es. Ich recherchiere kurz. Ich recherchiere, ja gut, richtig, ja. Ich recherchiere mal eben und wir können ja so lange das Thema kurz, wir können ja weiter schweifen. Recherchieren wir mal. Wo wir gerade noch bei Trump sind, da arbeiten wir das jetzt noch ab. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit wieder über Orange Man reden. Ja, gerne. Ein Video ist aufgetaucht von 2018, in dem Trump sagt, ja hier das Pandemie-Team, das brauchen wir überhaupt nicht. Ich mag das nicht, wenn Leute sinnlos rumsitzen und nichts tun. Wie zum Beispiel auch die Feuerwehr manchmal, wenn es nicht brennt. Mit Recht. Der hat nämlich dieses Team aufgelöst und deswegen ist Amerika jetzt gerade richtig gefickt. Sind schlecht vorbereitet. Und dieses Video ist aufgetaucht im Kontext, dass er jetzt vor einer Woche oder vor einer knappen Woche gesagt hat, ich weiß davon gar nichts. Ich weiß nichts von dieser Auflösung. Und er selber... Und jetzt merkst du auch zum ersten Mal richtig, was für eine Fehlpolitik du eigentlich machst. Das Geile ist halt, dass du sowas wie so ein Virus kannst du halt nicht durch Bullshit irgendwie wegreden, weißt du? Ja, da sind die Grenzen der Rechtspopulisten, auch die AfD. Die haben jetzt kein Thema aktuell, weil der Virus ja aus Asien kam und nicht von Moslem. Das ist aber auch so eine Sache, die hat man aber, glaube ich, letzte Woche schon mal erwähnt, dass Trump und auch andere Leute das nicht Coronavirus nennen, sondern Chinese Virus. Ja, ja. Und da hat man auch jetzt zum Beispiel Fotos gesehen von der Rede von gestern. Also die Reden sind ja vorbereitet und da hat man einen Zettel gesehen auf einem Foto, wie der Coronavirus stand und es durchgestrichen war. Also der Zettel für Trump, für seine Rede und durch Chinese Virus ersetzt wurde oder chinesischer Virus, für euch deutschen Namen Empfangsbolzen. Und ganz offensichtlich macht man das halt taktisch, um irgendwie davon abzulenken, dass, wenn es in Amerika richtig schlimm wird, dass es dann die Schuld von irgendwie Trump oder der Regierung ist. Nein, das waren natürlich die bösen Chinesen. Wir hatten einen Spion hier auf dem Server. Ist das so? Wer ist denn diese vierte Person hier? Ja, das ist ja großartig. Das war ja der Plan, dass hier vielleicht random Leute reinkommen. Das habe ich extra nicht nochmal angesprochen. Hallo, Piet. Okay, halt auch nicht. Also, wir halten dieses Gespräch gerade semi-öffentlich und jeder hat die Möglichkeit, hier reinzukommen. Aber die wenigsten und zu sprechen. Aber vielleicht kann man auch reinkommen und einfach nicht sprechen und lurken ist auch okay. Nur zuhören, okay. Ja, also das auf jeden Fall aus Amerika. Aber zum Thema AfD zur Corona-Krise. Klar kann man sagen, die haben alle keine Meinung und keine Ahnung. Aber ich sehe es eher so, dass ich es schön finde, dass man sich zumindest nicht absolut uneinig ist die ganze Zeit. Insofern ist es doch eine ganz gute Sache, dass der Diskurs nicht allzu kontrovers geführt wird dieser Tage. Also ich hatte auf jeden Fall vor fünf Tagen oder so, lag ich so gerade im Bett und hatte so wirklich für eine Minute so ein ganz, ganz komisches Gefühl, wie irgendwie, irgendwie, das klingt völlig esoterisch, aber so dieses Gefühl von irgendwie fühlen wir uns alle gerade so. Aber ich kann es ganz schlecht beschreiben, ohne dass ich aus dem Fenster springen will und kotze. Aber so dieses, dass die Welt untereinander so ein bisschen irgendwie, weißt du, weil halt jeder das gleiche Problem hat. Ja, es war halt nicht dieses, es war wirklich ein Gefühl, es war ganz komisch, es war ganz, ganz komisch. Ja, ich habe etwas Ähnliches gehabt vor ein paar Tagen. Ja, ein gemeinsames Feindbild, vielleicht ist es das. Mir ging es eher so, ich habe die Tagesschau gesehen auf YouTube und saß halt noch in meinem WG-Zimmer und haben halt so gesprochen von irgendwelcher, von einer Marktkrise und dass wenn Corona vorbei ist, dann müssen wir die Wirtschaft wieder aufbauen und so. Und ich habe mich ganz kurz gefühlt wie in so einem Film, weißt du, wo so ein Zombie-Virus irgendwie auftaucht. Und ich dachte, scheiße, ich habe eigentlich keinen Bock jetzt, die nächsten Jahre zu Hause zu leben und dass mein Leben so eingeschränkt ist, da ich mich richtig unwohl gefühlt auf einmal. Ja, also in die Richtung habe ich jetzt nicht so Panik. Die Langzeitfolgen sind auf jeden Fall noch nicht klar. Das wird schon noch sehr interessant, glaube ich. Nicht Panik, es ist eher so ein Gefühl von, ich habe keinen Bock darauf. Ja, okay, aber ich glaube halt nicht, dass du jetzt wirklich zwei Jahre irgendwie nur zu Hause sitzen wirst. Ja, aber es wird sich noch hinziehen. Eine gewisse Ungewissheit, die mich halt so nervt, weil man weiß halt einfach nicht, ist es in zwei Wochen gut, können wir den Sommer ins Bad, sehe ich Ostern, meine Familie und solche Sachen halt. Ja, genau, richtig. Ja, Ostern bei der Familie verbringen oder Ostern die Familie umbringen. Ich habe mir gerade die Karte offen. Ich hatte Herr Rodes vor ein paar Tagen mal geschickt, so eine einsame Person in Grönland, die auch Corona hat, ist auf dieser Karte zu sehen. Und mittlerweile sind es zwei. Also die Person hat seine Frau oder Mann oder was auch immer angesteckt. Ach toll. In Grönland. In Grönland. Da gibt es ja wahrscheinlich auch nur zwei Leute. Also ganz Grönland ist infiziert. Da gibt es immer diesen ganzen Gag, yo, wenn eine Infektion ist, gehen wir alle nach Grönland. Das waren bestimmt solche Leute, die das halt umgesetzt haben. Ja, wahrscheinlich. Grüße übrigens an unseren zweiten Geheimzuhörer. Oha. Ja, St. Jesse sehe ich hier. Korrekt. Hallo. Korrekt. Hast du eine Meinung? Wie betrifft dich das Coronavirus? Naja, ich habe jetzt ganz viel frei, also. Das ist super. Zwischenfrage an die Technik. Ach so, ja. Schneidet irgendjemand den Sound mit? Äh, ja, ich schneide den Sound mit. Alles klar. Ach, okay. Gut. Ich wollte noch sagen, dass ich jetzt gelesen habe, dass auch schon die ersten Hunde auf Corona getestet worden sind. Zwei Hunde. War es positiv oder was? Ja. Ach du Scheiße, weil ich dachte eigentlich, vor zwei Wochen hieß es, das kann nicht auf Hunde übertragen werden. Habe ich mal explizit so gelesen. Und ich habe einen Facebook-Freund, der ist das Autor und der lebt in China. Was? Du sollst dich ficken. Mach erst mal. Das auch. Und an mich denken. Und er hustet, er hustet, schnell raus, Abbruch. Nein. Ich bin einfach zu dumm zum Trinken, ich sag's doch. Ich habe einen Facebook-Freund, Christian Y. Schmidt heißt der. Ja, kannst du seine Adresse auch noch sagen? Nee, er ist öffentlich, er hat ein öffentliches Profil, wo er die Leute aufklärt über Corona und er hat halt die Anfangszeiten in China erlebt. Und ist dann nach Deutschland geflogen, um sein Buch zu promoten. Und den Virus zu verbreiten. Genau, das auch. Der kleine Herr Tod, glaube ich, heißt das. Und er hat eine richtig geile Timeline, wo er richtig seriöse Links postet und aus der ganzen Welt News bringt über Corona. Und er ist auch sehr, sehr angepisst von der deutschen Regierung und schreibt ständig über sie als Failed State. Ja, okay, aber also wenn ich das im großen Kontext hier betrachte, geht's uns, glaube ich, dafür, was wir für Zahlen haben, in Deutschland echt noch ganz gut. Ja, eben noch, aber er glaubt halt, dass wenn die deutsche Regierung weiterhin so fahrlässig handelt, dass wir auch Zustände bekommen, wie in Italien zum Beispiel, die ja völlig daneben gegriffen haben. Ja, aber was heißt das jetzt? Also komplett Lockdown oder was empfiehlt er denn dann? Ich glaube schon, ja. Okay, naja. Also, ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von der Regierung, die wir haben bisher gewesen. Da wurde selbst sehr viel Mist verzapft, gerade in den letzten Jahren. Aber momentan, finde ich, so dieser Balanceakt zwischen die Bevölkerung halt jetzt nicht total fertig machen, sprich sofort irgendwelche Ausgangssperr... Das wird's aus dem Spessart. Irgendwelche Ausgangssperren verhängen. Und trotzdem die Leute, die die Ansteckung halt niedrig halten, das ist ein übelster Balanceakt. Und inzwischen, also beziehungsweise momentan, weiß ich nicht, was ich der Regierung vorwerfen sollte, auch wenn ich's gerne immer mal mache. Ich weiß nicht, ich könnte es nicht... Mir fallen Sachen ein. Ja, also man könnte schon sagen, man hätte vielleicht vor zwei Wochen einen kompletten Lockdown mit Ausgangssperre machen sollen. Ja, aber damals wusste man doch noch gar nicht, was in zwei Wochen passiert. Ja, ist richtig. Aber man hätte es am Beispiel von China zum Beispiel erahnen können. Ja, aber man wusste ja nicht, ob's ja genauso ausbricht. Ich sag nicht, dass man's so machen sollte, aber das wäre vielleicht ein Argument, was man machen könnte. Ich glaube aber, dass dann wiederum die Panik noch größer gewesen wäre und vielleicht noch mehr irgendwie Klopapier oder sonst was gekauft. Aber wenn's so stückweise geht, ich meine, guckt euch doch MCM an. Wir haben ja alle das Telefonat, glaube ich, verfolgt. Und MCM ist ja nicht alleine, so. Dass seine Katze jetzt miaut und schon ganz nervös ist. Ja, aber in Südkorea zum Beispiel, da haben die Leute schon ganz früh getestet mit Ersttests. Im Gegensatz zu uns, die Ersttesten, wenn es schon zu spät ist. Ja, in Südkorea, wenn wir das gerade haben, ist auch ein kleiner Fauxpas passiert. Da gab's nämlich so eine komische, so eine esoterische Kirche oder so. Und die haben Salzwasser in den Mund von ihren Followern reingesprüht, weil die gesagt haben, das verhindert Corona. Und was ist passiert? 46 Leute haben sich infiziert. Hallo Hitman. Gut gemacht. Hallo. Ja, wir machen ja einen halbwegs öffentlichen Discord-Brennpunkt-Internet heute. Zum Glück nehme ich deine Stimme auf. Was ich noch zum Thema Regierung hat versagt sagen wollte. Man konnte damals so viele Sachen nicht wissen, die heute natürlich klar sind, wo man immer sagen kann, ey, hätten die mal anders reagiert und so weiter. Wir konnten ja nicht wissen, ob Schiene überhaupt richtig handelt, ob das überhaupt sich rausstellt, dass das das Richtige ist. Und die Leute wissen ja erst jetzt, dass vor zwei Wochen die Maßnahmen nötig gewesen wären. Hätte man die Maßnahmen damals gemacht, hätten die Leute das nicht gerafft, hätten völlig ausgerastet, hätten gedacht, die Regierung will sie einsperren und so weiter. All solche Sachen. Und insofern finde ich, es wurde nicht allzu viel falsch gemacht. Was wir auch nicht wissen konnten, dass hinterher die Juden töten wollten. Wie bitte, was? Was ist mit Juden? Wir haben jetzt einen gemeinsamen Feind. Und es ist der Virus-Jude. Okay. Ja, aber es ist vergleichbar. Aber ich meine, insofern, was Robin gerade meinte, wir fühlen uns wie eins. Es ist vergleichbar. Ein gemeinsamer Feind schweißt halt zusammen. Das war damals so und das ist heute so. Also nur dieser isolierte eine Punkt natürlich. Ja. Naja, das auf jeden Fall dazu. Vielleicht kommen wir einfach langsam ein bisschen zu den Nachrichten, die nichts damit zu tun haben. Ich habe noch ein paar lustige Randnotizen. Na komm, mach deine Randnotizen. Und zwar habe ich jetzt gelesen, dass im Weimarer Land ist eine Gruppe von Männern in eine Kneipe gegangen und haben ein Bier gesoffen. Und einer fing an zu husten und zu niesen. Und haben die anderen ihn aufgefordert, nach Hause zu gehen. Er hat sich halt geweigert, radikal, und haben sie ihn vermöbelt, bis er ans Krankenhaus musste. Dann haben sie ihn ganz, ganz nah herangenommen am Schlamittchen und haben ihn verprügelt. Ja, so aufs Maul quasi, fürs Husten, weil er nicht nach Hause gehen wollte. Sie haben die Tröpfchen nach Weimarer Land. Die Tröpfchen aus ihm rausgeprügelt. Jetzt redet keiner. Das geht nach einem ganz normalen Barabend in Weimar. Ja, das stimmt. Ja, ganz normal. Und noch ganz schön eine Auflistung von Dingen, die verschiedene Länder hamstern. Habt ihr die gesehen? Oh, bitte gib Gas. Nee. Und das finde ich echt stereotypisch. Die USA, die hamstern Waffen und Medikamente. Ja. Voll sinnvoll, aus Angst, dass Anarchie ausbricht. Die Holländer sind viel klüger, denn die hamstern derzeit Cannabis und Käse. Okay. Die Franzosen, die beschäftigen sich mit Rotwein und Kondomen. Ja, das hatte ich gehört, ja. Wofür ich auch spreche. Was machen wir Deutschen? Wir hamstern Klopapier und Nudeln. Aber Klopapier ist kein deutsches Phänomen. Das gibt es schon auch in Amerika und so. Also. Ja, aber so als Vergleich. Also bei uns ist es ja vor allem Klopapier und bei den Amis vor allem Waffen. Ja. Ist so. Gut. Waren das deine kleinen Funfacts noch, Tino? Dann würde ich sagen. Einen habe ich noch und zwar Friedrich Merz hat es erwischt. Ach stimmt. Ey, wenn man den Tino schüttelt, da fällt immer noch ein Funfact raus jedes Mal. Da fällt ganz viel raus, wenn man den zu doll schüttelt. Ja. Ja. Friedrich Merz. Ja, es hat ja ziemlich viele Prominente mittlerweile erwischt, aber keine Ahnung. Ich glaube. Aber der ist ja alt. Friedrich Merz. Aber ich habe ein Video von dem auf Twitter gesehen und dem geht es gut, sagt er. Ach so. Naja, gut. Ich gönne es ihm, wenn er überlebt. Sollte da nicht irgendwie gerade auch eigentlich eine Wahl stattfinden oder so? Ne, in Bayern war eine. Eine Kommunalwahl. Aber die ist normal von Schatten gegangen, ohne Einschränkung. Ne. In Amerika gab es ja auch in drei Staaten nochmal eine Vorwahl und alle sind fröhlich hingerannt. Mal schauen, was da so wird in Amerika. So, Tino. Schüttel ich noch ein Funfact aus dir raus oder waren das alle? Ich hätte eigentlich noch mehr, aber ich merke schon, ihr wollt über was anderes sprechen. Ne, ist okay. Das ist nur Robin. Ihr könnt da gerne auch noch weiter drüber reden. Aber die Leute hören das doch an jeder Ecke und ich dachte so, die erste Hälfte Corona, Corona, Corona und die zweite Hälfte, was verpassen wir eigentlich gerade alles, weil wir Corona, Corona machen? Ja, sehe ich auch so. Wir sollten die Leute ablenken, dass sie nicht nur über Corona hören, wenn sie sich ablenken sollen, sondern auch über, weiß ich nicht, Nazis und Flüchtlinge, damit sie beruhigt schlafen gehen können. Nein. Machen wir erstmal einen harten Knick. Ich habe nämlich eine lustige Meldung, die eigentlich nicht so lustig ist. Aber mein bester Freund, die Plattform TikTok, da gibt es jetzt Reports davon, dass sie versucht haben, Videos rauszufiltern von hässlichen, armen und behinderten Benutzern. Gab es die Nachricht nicht schon längere? Die kann sein, aber diese Nachricht ist auf jeden Fall diese Woche richtig groß rumgepeitscht worden. Kann sein, dass das auch vorher schon mal Thema war. Das ist mir auch nicht ganz neu. Ein Video von hier Ultralativ oder so. Ja, stimmt. Das hatte ich auch mal gesehen. Wie finden wir das? Ja, wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich auf TikTok mittlerweile so viele Sachen, also Verstümmelungen von Menschen gesehen habe, also so alltägliche Sachen, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, die ich gar nicht kannte. Was ist denn eine alltägliche Verstümmelung? Nein, ich meine so, wie sagt man denn, so von Haus aus, weißt du, also es gibt zum Beispiel einen, der kann nicht blinzeln. Ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt. So, der hat halt dauerhaft die Augen auf und die sind komplett rot unter Lauf und er hat auch irgendwie ganz schlechte Haut und so und der hat das aber die ganze, also ich meine mit alltäglichen Verstümmelungen nichts, was durch einen Unfall passiert ist, so, ja, sondern der kann nicht blinzeln, ja, und der sieht. Da muss ich bestimmt so Flüssigkeit in die Augen sprühen. Kann durchaus sein, er hat auf jeden Fall komplett rot unter laufende Augen die ganze Zeit und sowas habe ich durch TikTok halt gesehen, also bestimmt fünf, sechs verschiedene Sachen, von denen ich noch nie was gesehen habe, einfach. Der gewinnt jeden Star-Wettbewerb. Das stimmt. Und dann frage ich mich, wie passt das denn zusammen? Weil die sind halt teilweise super erfolgreich. Es gibt teilweise so, wo man wirklich objektiv sagen kann, die sind hässlich, ja. So viele Leute auf TikTok habe ich da jetzt schon gesehen. Ja, aber die ganz krassen Fälle, also wenn es wieder ganz krass hässlich ist und das kann sein, ja, die extremen, ja. Aber wenn jetzt jemand so ein bisschen mittelmäßig schlecht aussieht, dann bringt er halt keine Klicks. Ja. Das wird die Strategie sein von TikTok. Ja, das stimmt. Also kann ich an dieser Stelle auch nicht unbedingt empfehlen. TikTok ist jetzt nicht die geilste Plattform. Aber. Nee, nicht wirklich. Ja, du bist ja jetzt hier auf Snapchat, ne? Ja, so ein bisschen, ja. Das nervt mich auch schon ein bisschen. Aha. Ich hab dir gesagt. Aber TikTok ist doch nur voller nackter, minderjähriger Haut, hab ich gehört. Hab ich auch gehört. Doch, leider das auch. Naja. Auf jeden Fall eine der witzigen Meldungen, die vielleicht ein bisschen untergehen. Aber die anderen Sachen sind auf jeden Fall aktueller, weil das ist ja etwas, was quasi fortwährend war. Aktuell ist zum Beispiel, dass Harvey Weinstein, äh, verknackt wurde. Ja, endlich. Er wurde als schuldig befunden und wird wahrscheinlich im Gefängnis sterben. Ähm, was hat er noch mal gemacht? Wie bitte? Was hat er noch mal gemacht? Na, wir hatten das doch mit den ganzen Weinsteins, Elbsteins und Einsteins, dass die alle kleine Kinder angefüttelt haben. Harvey Weinstein ein bisschen weniger kleine Kinder, sondern eher aufstrebende junge, äh, äh, Schauspielerinnen. So halt dieses, hey, guck mal hier in meiner Hose, was da Kleines ist, guck das mal genauer an, dann helfe ich dir mit deiner Karriere und so. Und, aber auch mit, mit, mit mehr Druck verbunden, als ich das jetzt beschrieben habe. Also es wurde auch von der einen oder anderen Vergewaltigung berichtet und so. Wie lange ist er jetzt im Knast? Ich weiß nicht, wie lange er jetzt ins Gefängnis muss. Ich hab die Zahlen nicht vorliegen, aber, äh, ich glaub, sehr lange. Aber ich glaub nicht, dass er im Knast sterben wird. Der ist doch, äh, urstreich, einflussreich, die werden ihn rauslassen nach, nach ein paar Jahren wegen guter Führung und weil er seinen Penis in der Hose gelassen hat. Vielleicht, vielleicht. Aber es ist trotzdem erstmal ein schönes Zeichen, dass er überhaupt verknackt wurde und nicht sagt, ja, das ist jetzt hier der weitreichende Harvey, der alle, äh, irgendwie supportet. Ja. Aber er ist ein bisschen untergegangen. Da frage ich mich, wie sollen die ganzen jungen Schauspielerinnen jetzt groß werden? Das stimmt. Ja, ohne ihn. Jetzt gibt's wahrscheinlich so eine, jetzt bricht das so ein und in den nächsten 10, 20 Jahren gibt's nur noch männliche Filmstars, weil Harvey nicht mehr da ist. Schade. Holt ihn raus aus dem Knast. Wer aber jetzt, wer nicht eingeknastet worden ist, ist Bernd Höcke. Habt ihr das Video von ihm gesehen, wo er ja in der Rede sagt, dass man die Gegner seines Flügels einmal ausschwitzen sollte? Ja, irgendwas hat sie davon, nee, nicht du, wer war denn das? Irgendwo hatte ich's gehört. Hab ich getweetet. Ich hab's mir nicht angeschaut. Ist auf jeden Fall... Also ich muss Skandal draus machen, es wird ja auch irgendwann langweilig, so, oder? Nee, mir geht's nur darum, dass wir öfter ja im Brennpunkt so Ausflüche haben von irgendwelchen AfDlern. Und es dann immer so heißt, naja, das kann man ja so und so auslegen. Aber wenn ich schon wieder so eine Rede höre, wo er sagt, dass man Gegner ausschwitzen sollte, ich weiß nicht, das ist für mich kein Zufall mehr. Ich bin... Aufsichtliche Provokation kann man sagen. Ich bin da auch bei Erhodes, dass ich sage, da muss man nicht aus jedem Scheiß jetzt hier irgendwie einen Skandal machen, aber es ist schon... Will er ja auch. Nicht die feine englische Art, ne? Man soll Gegner ausschwitzen. Ich weiß nicht. Was vorsehen passiert ist, also bitte, das ist schon... Das ist eine sehr seltsame Formulierung. Ey, der Mann sitzt im Landtag, der will... Der wollte Ministerpräsident werden und er sagt, dass man Menschen ausschwitzen sollte. Ich weiß nicht. Ja, na geil finde ich's nicht, aber ich weiß nicht, ob's vielleicht im Long Run einfach ihm noch hilft, wenn man das jetzt wirklich groß zum Thema macht. So. Das ist doch der einzige Plan, damit wieder zu provozieren. Und wenn man das jetzt zum Thema macht, hat er doch das bekommen, was er will eigentlich. Also nehmen wir das jetzt zurück. Meine Meinung. Ja, aber es zeigt halt, dass... Wenn Gauland behauptet, dass der Höcke in der Mitte der Partei ist, dann will ich nicht wissen, was rechts von der AfD ist, wenn Höcke die Mitte ist. Naja. Da sind dann die dummen Leute, die so eine Bewerbung ungeplant sagen. Ja. Ja, kann ja auch sein, dass es alles plant, von mir aus. Ich find's trotzdem sehr erschreckend. Nun gut. Ja, ich nicht. Ist gewohnt. Vielleicht findet ihr sehr erschreckend, dass... äh... Putin jetzt bis mindestens 2036 der absolute Supreme Leader von Russland bleibt. Geil. Er wollte nicht eigentlich abdanken? Nö, gibt's jetzt, gibt's jetzt ein neues Gesetz, was halt auch ein bisschen untergegangen ist. Überhaupt, Russland ist ganz schön verschont geblieben bis jetzt von, von, äh, Corona-Zufall. Wahrscheinlich nicht. Die haben ihre Grenzen noch ordentlich dicht. Vielleicht ist es da schon wieder zu kalt. Da hat der Virus keinen Bock drauf. Ja, aber auf jeden Fall gibt's, äh, quasi eine Reform, die jetzt Putin erlaubt, bis mindestens 2036 Präsident zu bleiben. Gutes Ding. Mal schauen. Also heißt das, dass jetzt die Wahlen abgeschafft sind in Russland, oder was ist das? Ich weiß nicht, wie das da genau läuft, aber es ist ja... Ja. Es gibt ja nicht genug Widerspruch, deswegen wird da halt einfach gemacht, was gemacht wird. Das sind wahrscheinlich diese Wahlen, wo man da eine Sache ankreuzen kann. Vermutlich, ja. Ach toll. In, in Brasilien zum Beispiel, stattdessen, da ist ja Bolsonaro, da ist der Protest gerade groß. Er ist ja ein ähnliches Kaliber. Und die Leute haben trotzdem, äh, trotz der Ausgangssperre, machen die quasi jetzt Protest von ihren Balkons aus und von den Fenstern. Ist auch ganz witzig. Der hat nämlich vor einer Woche noch gesagt, dass, äh, Corona eine Fantasy ist. Und jetzt haben alle Ausgangssperre wegen Corona, weil das so, so ernst ist. Und der hat's auch selber, oder? War das nicht der? Äh, ich glaube, war das der? Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es war nicht er selber, sondern irgendwie ein Berater von ihm, ich weiß es nicht. War wieder einer, der sich mit Trump getroffen hat und danach Corona hatte. Aber Trump nicht. Der ist gesund. Ja, gab... Trump ist ja auch topfit, laut seinem Arzt. Ja. So fit, dass man eben Gemüse ins Essen schmuggeln musste. Gar mit Trump. Naja. Noch eine kleine Sache, die ich süß fand. Eine neue Dinosaurier-Art wurde entdeckt. In der Größe von einem, äh, fuck, wie heißen die Dinger? Diese ganz kleinen, von Kolibri, genau. Sehr gut, danke. Was? Aus dem Publikum. Ja. Der Kolibri ist ein Dinosaurier? Nein. Ein neuer Dinosaurier wurde gefunden von der Größe eines Kolibris. Der lebt noch? Ne, der lebt nicht mehr. Ach so. Ein Skelett. Schade. Eine neue Art Dinosaurier. Ja, ist nicht spannend, bla bla. Es geht hier um News, die untergehen, weil Corona, Corona. Ich bin spannend. Ich hab nur gerade Tomaten gegessen. Ach so. Ich mag Dinosaurier. Ich auch. Ja, wer mag die nicht? Aber, wie sieht denn der aus? Ist das so ein Vogelsaurier oder so ein ganz, ganz kleiner Raptor? Ne, er ist ein Vogelsaurier, ja. Okay, niedlich. Ach, wie süß. Ja, Johnny Depp hatten wir ja auch ja schon mal als Thema, ne? Der, der ja jetzt halbwegs wieder auf, auf den grünen Zweig gekommen ist. Äh, nachdem hier, äh, der, an, an, die, an, die Anklage von, äh, wie sagt man, häuslicher Gewalt, das ist das, äh, im Raum stand. Oh, hab ich gehört, ja. Genau, und, äh, da hat sich das jetzt alles als falsch rausgestellt. Und da Videos veröffentlicht wurde, äh, dass eigentlich seine Frau Amber Heard diejenige ist, die ihn da abused hat, verklagt er jetzt die Sun. Ja, die Sun ist ja, glaube ich, die, die Bild-Zeitung von England, wenn man das so will. Kann man so sagen, doch, kann man so sagen. Ja. Und das ist ein relativ großer Lawsuit. Auch das. Das heißt, das heißt, die Frau hat ihn misshandelt. Ja. Oh, das gibt's immer auch. Das gibt's immer auch. Fake News-Frauen machen sowas nicht. Ja. Ja, Frauen können nicht vergewaltigen. Aber wo wir grad bei England sind und ähnlichen Sachen, das hatte ich auch mit Herodes, wir haben da leidenschaftlich drüber geredet, äh, dass in England mal wieder so ein, so ein, äh, großer Pädoring, äh, auseinander gehebelt wurde. Haben wir? Wir? Nee, nicht wir beide. Was geht jetzt? Wir haben so was nicht entdeckt. Ach so. Aber, äh, äh, in England. Irgendwie, äh, was weiß ich, 400 Leute oder sowas. Was macht denn so ein Ring eigentlich? Sind das, ist, sind das Leute, die, die Kinderpornos drehen, sich dann austauschen? Oder was heißt eigentlich ein Kinderpornos? Ich glaub nicht, dass sie die an sich drehen, sondern dass die, die einfach nur providen, hin und her schicken, keine Ahnung. Ich vermute sowohl als auch. Oder stehen die immer so, so im Kreis quasi? Ich denke mal einfach nur, wenn da, wenn da irgendwie hochrangige Politiker drin sind, die werden halt nicht selber solche Sachen herstellen. Nee, aber die werden Leute dafür bezahlen, dass sie es für sich herstellen, so. Ja, vermutlich, ja. Outsourcing quasi. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Es wurde wohl, jetzt, es wurde jetzt auch zum ersten Mal eine, eine Reisbürgergruppe verboten. Reis? Die heißen. Oder Reichsbürger? Reis, Reisbürger. Ja. Genau, das sind so, so Menschen, die essen, äh, Burger mit Reis quasi. Ach so. Die wurden jetzt mit, mit Recht verboten. Die heißen deutsche Völker. Und, äh, das mitten in der, in der Corona-Krise, dass, das trotzdem funktioniert, finde ich auch faszinierend. Ja. Das heißt, es gibt immer noch Leute, die arbeiten. What the fuck? Auch, auch Reichsbürger. Jetzt hast du von meiner geilen Überleitung von Vergewaltigung hin und her, äh, ein bisschen abgelenkt, aber es ist nicht so schlimm. Oh nein. Ich würde gerne zurückspielen. Corey Feldman hat nämlich Charlie Sheen, äh, der, der, der Vergewaltigung bezichtigt. So, und da kann ich direkt den Bogen spannen, denn eine weitere Meldung, die untergegangen ist, ist, dass die zweite Person auf der Welt von HIV, äh, nee, warte, in, in, in England von HIV geheilt wurde. Ja, hab ich auch gelesen. Übelst krank. Da bist du ja drin in dem Thema. Das ist mein, mein Thema tatsächlich. Und es ist gerade eine Riesenmeldung. Ja. Ich find's fair, wenn, Tino, wenn du noch kurz sagst, warum das dein Thema ist, sonst denken die Leute noch Sachen. Ich bin jetzt ein Sexualpädagog und arbeite mit Menschen zusammen, die HIV-A-Positiv sind. Und deswegen? Das wissen, das wissen die doch. Ja, wir haben es hier und da mal erwähnt, aber es war echt nicht so präsent. Ah, ja. Ja, auf jeden Fall, das ist eine schöne Sache. Das waren aber eher so die kleineren Sachen. Ich hab jetzt noch echt große Sachen, die aber irgendwie auch komplett unterm Radar sind. Zum einen, äh, dass Kairo geflutet wurde. Also so ganz, ganz Ägypten und auch andere Teile von, äh, von Afrika haben noch ganz andere Probleme. Also ich hab auch ein Video gesehen aus Kairo, da gab's neben Flut und Donnerstürmen, gab's dann auch noch Hagel. Und es sieht halt echt in dem Video aus, als würde jemand mit einem Maschinengewehr in Wasser schießen. Es sind so riesige Flatschen, die da ins Wasser knallen. Ultrakrass. Und parallel dazu haben sie noch... Geht vielleicht die Welt grad unter. Vielleicht, pass auf, nächstes Indiz. Das wird's gar nicht merken. Besonders in Äthiopien ist das, aber auch in anderen Teilen von Asien, gibt es eine Heuschreckenplage mit Schwärmen so groß wie Städte. Ich wollt grad sagen, wenn die anfangen jetzt mit Heuschrecken und Fröschen, dass die vom Himmel fallen, dann wird's auffällig. Ja, ist halt echt so. Aber es geht halt ultra unter, weil interessiert halt die westliche Welt gerade nicht, wir haben andere Probleme. Aber ich freu mich schon, wie krass nach dieser Corona-Sache der Klimawandel wieder in den Fokus rücken wird. Ich glaub, das wird nochmal richtig fett werden. Vermutlich, ja. Weil überleg mal eine Sache. Ist das aber gut jetzt so Corona, weil die Leute nicht mehr so auf die Gegend fahren und so? Oder? Ich bin kein... Die werden halt geboren, ne? Schlüpfen aus Eiern. Ach so! Ja, war mal klimatisch unter der Zeit und dann haben sie auch nicht Heiler gefunden und dann waren es viele. Vermutlich, ja. Oh nein. Ich geb der Welt noch zwei Jahre. Ja, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Wie krass einfach wir jetzt schon eingeschränkt werden mit dem Wissen, dass das in ein paar Wochen und Monaten zu Ende ist. Will ich gar nicht wissen, wie das in zwei, drei, vier Jahren ist, wenn der Klimawandel halt reinkickt und wir noch ganz andere Einschränkungen bekommen, ohne dass wir in Sicht haben werden, dass das jemals wieder endet. Ja. Ich finde, das wird auf jeden Fall hoffentlich nach der Corona-Krise nochmal richtig aufflammen, diese Diskussion. Und dieses Bewusstsein. Das war ja auch mein Gedanke, so dieses Klopapierhorten und Mehl und was weiß ich. Das hier bei dieser eigentlich relativ entspannten Situation, das mal hundert, wenn hier wirklich irgendwelche, wenn bei uns hier irgendwelche Stürme ankommen würden oder Hagelkörner mit Größe von Fäusten oder so. Oder irgendwelche Heuschrecken. Vielleicht waren das die Frösche, die Hagelkörner. Vielleicht, ja. Wurde falsch übersetzt oder so. Ah, das kann sein, ja. Aber auch die ganzen Gebetsstunden und Gottesdienste sind abgesagt worden, ne. Ich glaube nicht, dass Gott noch irgendwen beschützen wird. Alle werden jetzt sterben. Oder Allah oder wer auch immer. Gott ist nur für uns da, wenn wir beten, ne. So war das. Ja, Allah heißt auch nur Gott. Ja. Aber das ist doch, das ist doch ein anderer bestimmt. Nein. Ist Allah eine Frau? Divers. Und Jesus war im, äh, Dings, Koran ja auch ein Prophet. Nein, das war nicht der Koran. Doch. Ach egal, ich weiß nicht genau. Bei den Muslims. Naja. Was man, was ich jetzt auch noch überhaupt nicht erwähnt habe, ist, dass durch die Heuschrecken auch ganz viele, ähm, wie sagt man, Ernteerträge ausfallen. Weil die, die Dinger das wegfressen. Absolut, ja. Und dann wird auch geschätzt, dass so bis zu 20 Millionen Leute einfach, äh, also nicht verhungern, aber hungern, weil einfach die Ernte viel schmaler ausfällt. Da kommt ja einiges auf uns zu. Aber auch bei uns jetzt, oder? Wenn jetzt die, die Erntezeit kommt und die Menschen nicht rausgehen dürfen auf die Felder, da gibt's keinen Sparschel. Ja, das Problem ist, also die dürfen auf die Felder gehen, aber es dürfen halt die ganzen, äh, Ausländische und quasi Erntehelfer nicht mehr einreisen. Ja. Das machen die Deutschen ja nicht. Tja. Und deswegen meine ich, die ganzen Gastro-Leute können nochmal in der, äh, Dings jetzt helfen, auf den Feldern, so nach dem Motto. Wäre hart. Naja. So, dann. Also wäre eine sehr, eine sehr praktische Lösung, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Dass man das irgendwie kompensiert und sagt, die Menschen, die jetzt eh nicht arbeiten gehen können, die machen jetzt, die helfen jetzt in der Produktion oder auf, auf dem Feld. Muss aber auch so ablaufen, dass sie keinen Kontakt zueinander haben, ne? Das macht's ja auch nochmal schwieriger. Auch zum Gemüse nicht. Alles mit, mit Laser-Schaufeln. Ja. Na gut, dann habe ich hier noch was vorliegen. Äh, viele große Companies, Companies, Alter, ich hab's halt englisch rauskopiert, äh, wie Nike zum Beispiel, sind gerade unter, unter Beobachtung, beziehungsweise werden, ähm, untersucht, investigated. Wegen, ja, ich lache wegen Sklavenarbeit, ähm, kann sein, dass auch da irgendwie ganz große Änderungen ins Haus stehen. Also nicht nur die, auch, auch Apple und so, es wird alles gerade genau untersucht. Es wird keine Schuhe mehr geben. Vielleicht kriegen wir bald auch keine Schuhe mehr, müssen wir uns hier aus, aus Illenblättern, unsere, unsere Bambusch-Gamaschen hier selber zusammen klöppeln. Und wer gibt den Kindern dann Arbeit in Bangladesch? Weiß ich nicht, vielleicht. Die können Spargel ernten. Boah, die Kinder können ja dann die Uiguren-Camps in China bewachen. Die sind dann die Mauern schützt. Die Kinder, die können die Spargel stechen, das ist eine gute Idee. So. Ey, wir lösen hier alle Probleme, oder? Wir müssten mal Merkel und Spahn in einen Podcast reinholen. Das stimmt, das schaffen wir. Da können die was lernen. Du musst es auch so sehen, Tino, pass mal auf. Je mehr Deutsche sterben, desto berühmter werden wir, weil es ja weniger Deutsche gibt. Dann dürfen aber keine Fans von uns sterben. Das stimmt. Das Problem ist, glaube ich, aber, dass viele Podcaster ja auch so Nerds sind, die quasi nicht vor die Tür gehen. Ah, scheiße, stimmt. Ja. Aber Robin, unsere Radio-Zuhörer brechen doch alle weg. Ach, fuck. Nicht, dass wir abgesetzt werden, Mann. Nein. Naja, ich habe hier die letzte, eigentlich größte Sache, zumindest für Amerika, aber es kann ja auch noch rüberschwappen, mir aufgehoben. Da bin ich nämlich auf die Expertise von Herodes und vielleicht auch Ritman angewiesen. Ähm, es gibt nämlich da ein neues Gesetz, was gerade, äh, durchgeboxt werden soll. Earn it nennt sich das, also verdiene es. Und, ähm, das ist sehr hart in der Kritik, aber es kümmert halt nicht so wirklich jemanden, weil alle, wie gesagt, abgelenkt sind. Und das will, also, End-to-End-Encryption komplett abschaffen. Was bedeutet das? Was ist das? Ganz ehrlich, ich frage mich immer, wie das umgesetzt werden soll, weil wenn ich einfach, ähm, meinen Scheiß halt verschlüssele. Ja. Und meinem Kollegen schicke, dann muss das nicht irgendeine Plattform für mich machen und es wäre trotzdem End-to-End verschlüsselt oder etwa nicht. Das weiß ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Verboten werden, darf man keine verschlüsselten Nachrichten mehr schicken. Wahrscheinlich. Und was, wenn man es doch macht? Tot. Kommt, SWOT-Team rein. Also, vielleicht ist es ja auch so ein Artikel-13-Ding, wo man dann in der Praxis an ganz viele Mauern kommt. Aber auf jeden Fall ist es mal gerade wieder so eine Sache, die diskutiert wird, die umgesetzt werden soll. Und ein gutes Zeichen ist es ja wahrscheinlich nicht so. Alleine, dass das halt irgendwie die Bemühung da ist, das durchzusetzen. Du kannst vielleicht irgendeiner Plattform, die halt Nachrichten vermittelt, verbieten, dass du die verschlüsselst. Aber du kannst dem Nutzern nicht verbieten, dass er verschlüsselte Nachrichten verschickt. Hm. Naja, das kannst du vielleicht in einem Programm oder in einer Software machen, aber wenn ein Verschlüsselungsalgorithmus halt sicher ist, dann kannst du dem das halt nicht verbieten. Hm. Naja. Da bin ich raus. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung davon, aber ich kriege halt mit, dass zumindest auf Reddit zum Beispiel wird es halt auch sehr viel diskutiert, weil da ja auch sehr viele Nerds sind. Und die sehen das auch alle sehr, sehr kritisch. Also es ist jetzt nicht so, ja, das geht eh nicht, lass mal ignorieren. Also ich kriege halt schon eine krasse Diskussion mit. Aber so gesellschaftlich irgendwie, oder gut, es ist ein amerikanisches Gesetz aktuell, aber kann ja auch, wie gesagt, rüberschwappen, wenn das da irgendwie durchgeboxt wird. Und keine Ahnung, ich wollte es zumindest mal erwähnen, weil es in Amerika gerade ein großes Thema ist, unter den Nerds. Ich meine, gut, das Gute an, also wenn es jetzt wirklich rüberschwappen würde, Deutschland, das wäre halt das Praktische, da hätten wir halt noch ein Minimum 30 Jahre Zeit, um uns da drum rum zu mögeln, bevor überhaupt mal die Leute an die Macht kommen, die sich mit sowas auskennen. Ja, stimmt. Naja, das waren so die großen News auf jeden Fall. Ich kann an dieser Stelle noch eine Empfehlung aussprechen. Kingdom auf Netflix habe ich mir reingezogen, Staffel 1 vor einem Jahr oder wann das rauskam. Und jetzt ist Staffel 2 draußen. Kingdom, Königreich, Englisch. Geht es da um ein Königreich? Ja, geht es. Es ist eine asiatische Netflix-Exklusivproduktion. Und da geht es auch um eine Art Zombie-Virus. Passend zum Thema. Und es ist supergeil, ohne Spaß. Die Bilder. Also es ist so Südkorea und so Schwertkampf und so. Und alles supergeil gefilmt. Überhaupt, ich habe gerade echt Bock drauf, mir so Katastrophenfilme und sowas anzusehen. Aber da bin ich nicht alleine. So Schwerter und Ritter, das finde ich nicht so spannend. Das sind keine Ritter, Tino. Das sind Samurai oder wie auch immer die in Südkorea halt heißen. Naja, das sind ja auch Ritter. Ansonsten hätte ich noch eine Frage. Ja. Ich habe ganz am Rande hintenrum mitbekommen, ist das so oder ist das nicht so, dass Netflix Probleme mit dem Datenverbrauch zur Zeit hat. Ist das korrekt? Die haben keine Probleme. Das wäre noch eine Fun Fact News gewesen. Die hat angefragt, könnt ihr das drosseln, damit wir genug Bandbreite quasi haben für wichtige Sachen. So habe ich das mitbekommen. Ja, die wollen das Netz ein bisschen schonen und wollen jetzt 25% quasi runterstufen. Ja. Den Datenverkehr. Das heißt, man hat... In der HD gucken kann. Ja. Okay. Also so habe ich es mitbekommen. Ja, ich habe das ein bisschen überflogen, weil ich Netflix selbst nicht krass konsumiere. Aber dafür gibt es jetzt Pornhapremium. Ich weiß zwar nicht, was man da mehr machen kann, aber das gibt es jetzt jedenfalls. Ja, das gab es ja schon länger, aber das ist kostenlos für Italiener. Aus Solidarität. Oder? Ich glaube für alle. Jetzt mittlerweile für alle? Also ich habe vor einer Woche irgendwas... Also irgendwie einen Monat, wenn du dich quasi ein Abo abschließt, das kannst du rechtzeitig wieder kündigen, dass du halt trotzdem einen Monat hast oder sowas. Okay. Aber was heißt das denn? Was kann man da mehr machen auf Pornhap? Du kannst halt Premium-Content hier irgendwie angucken. Ich glaube Ländersperren oder sowas gelten für dich nicht. Ich weiß es nicht genau. Ländersperren, das ist ja mies. Aber ich finde immer faszinierend, wenn Pornhap irgendwie... Die veröffentlichen ja, glaube ich, einmal im Jahr so eine Statistik, was welches Land sucht und so. Habe ich gerade nicht vorliegen, aber fand ich sehr spannend, was so die verschiedenen Länder so suchen. Ich glaube irgendwie... War es nicht Deutschland, wo irgendwie Inzest ganz groß war oder so? Klingt nach einem Thema für einen gekauften extra-Sonder-Dingst-Podcast. Das stimmt. Wir haben auch einen bekommen, kann das sein? Ich habe eine Instagram-Laget bekommen. Haben wir. Genau. Wollen wir uns mal anteasern, das Thema? Nö. Okay. Herr Rohde, das wollte ich auch was sagen. Ja, nee, Robin, gerade zum Thema, ich habe ja auch schon gesagt, ob du mal irgendwann unseren Stammbaum erklären könntest, dann wäre doch das Thema Inzels ganz passend, oder? Könnt ihr auch Pornhap finden. Ja. Den Stammbaum von Robin. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie öffentlich ich damit umgehen sollte, aber ich habe mir überlegt, wenn ich das mache, kann man das schon mal in einem Stream so mit Paints, mit so einer Grafik, die man dann erstellt, um dann auch die Verwandtschaftsverhältnisse mal irgendwie aufzudröseln. Wie gut, dass es bei Paint diese Kreistools gibt. Ja, ja, ich habe das doch mal aufgezeichnet, Robin. Als du irgendwie released hast, dass es News zu deinen Herkunftseltern teil gibt, da habe ich doch aufgedröselt, dass man, wenn man richtig zeichnet, zwei Kreise in unserem Stammbaum hat. Ja. Sogar zwei Kreise. So ein Unendlichkeitszeichen wahrscheinlich. Immer die gleichen, die sich fortpflanzen. Wenn ich ein Kind kriege, wird es mein Opa. Na ja, was geben wir denn der Woche? Wir haben noch fünf Minuten. Ich habe schon überlegt, auch letzte Nacht schon so ein bisschen, irgendwie oder gestern Abend, dass unsere Statistik, dass es ja völlig obsolet gerade ist, weil irgendwie fühlt es sich schon irgendwie wie eine 10 an, weil ja gerade alles irgendwie wegbricht und es übelst unser Leben einschränkt, die Wirtschaft, die Politik, die Gesellschaft. Aber es wird halt noch schlimmer. Ja. Da müssen wir ja auch irgendwann auf 20 gehen. Aber also eine 10 würde ich jetzt noch nicht geben. Wir haben gesagt, Dritter Weltkrieg wäre eine 10. Ja. Ja, aber es fehlt nicht mehr viel. Dann lass eine 9 geben und auf nächste Woche warten. Ja. Ist okay. Ja, doch, 9 und wenn nächste Woche dann Ausgangssperre ist, ist es 9,5. Und wenn es dann noch mal schlimmer wird, kann es immer noch eine 10 sein. Dann 9,6. Ja. 9,7 irgendwann. Das kann man ja so näherungsmäßig machen. Ja, stimmt. 9,9. 9,99. Immer eine 9 dran. Dezimalzahl. Die ist von Kronke klaut. Ich habe das, ach so, stimmt, der hat das bei seinem Minecraft-Scheiß gemacht, ne? Kronke wäre neidisch. Ich sehe gerade, in Jemen gibt es noch kein Corona. Wollen wir da hin? Nein. Vor allem, jetzt mal ohne Spaß, wenn Corona großflächig in Afrika abgeht, ja? Was wollen die denn machen? Dann wird sich zeigen, ob es wirklich schlimm ist oder nicht, ne? Entweder sterben ganz viele oder es sterben normal viele und wir haben uns viel zu sehr in den Kopf gemacht. Ja, okay, vielleicht. Aber, ja, was heißt normal viele? Selbst 1% von 80 Millionen ist halt trotzdem viel. Hm. Naja. Deswegen fällt es mir ehrlich gesagt schwer, eine Punktevergabe zu geben. Wir können gern bei 9 einsteigen. Ja. Und dann unsere X-Leiste nach oben transportieren. Machen wir das so. Ich gebe jetzt hier mal noch die offiziellen Zahlen durch und wir vergleichen das nächste Woche. Wir haben in Deutschland aktuell 17.300, Europa 112.590 und weltweit haben wir 247.356. Uiuiui. Ich bin gespannt, ob es noch die 1-Millionen-Marke erreichen wird. Also, wenn wir nächste Woche hier sitzen und es ist dann eine Million, dann ei, ei, ei. Dann haben wir eine 10. Dann haben wir das mit dem Zuhausebleiben nicht hingekriegt weltweit. Vermutlich, ja. Na gut. Das war jetzt hier eine ganz besondere, tolle Spezialausgabe. Ich bedanke mich auch bei dem Gast Hitman und bei dem Gast Sergeant Jesse. Wir haben noch viel mehr hier im Chat gerade drin. Oh, ich habe ein Brummen von Jesse gerade gehört. Ja, die ploppt immer so auf, aber die sagt nie was. Das ist dein Schweigen. Sehr, sehr, sehr gut. Gut. Das war doch ein feuchtfröhliches Erlebnis hier. Wir drücken euch allen die Daumen, wascht euch die Hände, wascht euch den Penis, wascht euch alles, was man so waschen kann. Bleibt zu Hause, geht nicht skaten und fasst Aromas an. Ihr dürft skaten gehen, wenn ihr dabei alleine seid. Ja, dürfen ist ja das eine, aber auch sinnvoll. Also in den Betriebsgeländen, die geheim und nicht betreten, erlaubt und skaten gehen. Alter, ohne Spaß. Ich habe so ein geiles Video gesehen. Der Times Square ist gerade komplett leer und man kann den Times Square richtig geil skaten. So geil. Ja, da kommst du halt gerade nicht hin. Ja, da komm ich gerade nicht hin, aber vielleicht gibt es ja sowas in Weimar. Irgendwie weiß ich nicht. Den Times Square in Weimar, das ist, glaube ich, der Theaterplatz. Ja, der ist halt eh über Skatebar. Naja, es war mir ein Fest, Leute. Mir auch, liebe Leute. Bleibt gesund. Macht keinen Scheiß. Gehabt euch wohl, euer Newstime. Euer Newstime. Jesse, dein Schlusswort. Aufpassen. Aufpassen. Sehr, sehr gut. Gut. Na dann. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Tschüss. 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 Vielen Dank.